24 Stunden auf dem Sofa guckst du? Skyler hat auch schon ihre Lieblings-YouTuber, die sie immer gerne guckt. Nochmal ein bisschen leiser, ja Frau Schüler? Ist das okay? Ein bisschen zu laut. So mein Schatz, dein Essen ist da. Ich habe dir dein Essen gebracht. Danke. Meine Prinzessin. So, nach dem Training gönne ich mir jetzt nochmal schönes Whey-Protein, Leute. Guck mal hier, Geschmack Zimt ist jetzt dran. Zimt-Keks. Das Geile ist immer bei dem Whey-Protein, nur 150ml Wasser. Da hat man das Gefühl, dass der Bauch halt nicht so voll ist und so weiter. Gerade auch so nach dem Essen ist das immer sehr praktisch. Ja, wo haben wir denn den Löffel hier? Da ist er. So. Zeig mal, wie das schon riecht. Guck mal hier, man kann auch vor, man braucht ein neuer Shaker. Mina designt neue Shaker hier. Ich hab den Shaker lager. In verschiedenen Farben. Ja, Neo-Sabs-Konsumenten. Was soll ich machen? Zack. Rein damit. Bupp. Deckel wieder schließen. Folie wieder rein. Und hier könnt ihr sehen, die folgende Dose, die ist jetzt leer. Aber auch ein sehr geiler Geschmack. Geschmack Milch, Honig. Sehr, sehr lecker. Kann ich euch nur empfehlen. Allgemein die Honig. So, heute wird folgender Sachverhalt sein, liebe Leute. Ich werde gleich zu Ismail fahren. Dann nehmen wir einen Podcast-Flog auf. Wer noch keinen Podcast gesehen hat, zeig euch mal. Über alles geschnackt, über Gott und die Welt natürlich. Hauptsächlich MMA, Kampfsport, Kampfkunst, alles mögliche. Danach fahre ich zum Zahnarzt. Ich kümmere mich gerade so ein bisschen um meine Zähne. Zahnreinigung, alles komplett. Sieht auch alles top aus. Also ist irgendwie kein Loch oder sonst was. Dann gibt es einen IRL-Stream auf Twitch. Was ist ein IRL-Stream für die Leute? IRL? Was ist das? Das ist einfach so ein Real-Life-Stream sozusagen. Das heißt, ihr seht mich eigentlich vloggen, bloß halt live. Nicht wie auf YouTube, wie früher immer bei den Daily-Vlogs. Sondern jetzt praktisch, ja, auch ein Vlog, bloß live. Und dann kann ich mit euch kommunizieren im Chat. Macht richtig Laune immer. Ihr wisst, Daily-Streams auf Twitch bei mir. Und ich liebe es zu streamen. Wirklich geil. Test, test, test. In den vorigen Story-Streams wurde gesagt hier, mein Mikro ist kaputt. Ich glaube, ich habe nur, wenn ich so mache, hallo, 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 hallo. Dann, ja, komme ich da mal wieder mit dem Finger wahrscheinlich. Muss ich in Zukunft drauf achten. Sorry. Da, 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 da So Leute, ich gehe jetzt einkaufen. Und so werden wir die nächste Zeit einkaufen müssen. Das ist echt krass. Übrigens, danke an Uwe für seine Maske. Grüße gehen raus. Schicker Wagen, Uwe. Sehr schick. Schöne Farbe. So Leute, Podcast ist ja am Start. Ismail und Abo. Der ganz aller, aller echte Abo, Leute. Also abonniert den Podcast MMA Kanal, swiped up. Und da kommt der eine oder andere geile Podcast. Leute, wen haben wir denn da? Passt auf. Nein, den meinte ich nicht. Aha. Der aller, aller, aller echte. Der aller, 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 aller. Der aller, 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 aller. Ein Gegner über. Null. Schön. Spike A. Bin du doch. Nice, super. Er macht bestimmt so ein Kiss und so. Au. Ciao. Null. vie weしか. occurred. Ich hatte en die terkammel. Ich habe�an mit und da, ich was mit ihm schon angesigt. Wenn es das clip ist,